Junge, auf einmal war das weg. Warte, stopp noch mal. Battlefly Talk Nummer 15, let's go. Ja, Fred, du siehst heute ein bisschen anders aus. Wie ihr schon erkannt habt, dieser Kollege hier ist nicht der Fred, sondern das ist ein Mensch, den ich schon mein ganzes Leben lang kenne. Ungefähr seit 35 Jahren. Mich gibt es ungefähr seit 35 Jahren. Dieser Typ hier neben mir, der war bestimmt bei meiner Geburt auch im Krankenhaus. Denn das ist mein großer Bruder. Lala, alles klar? Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Aber gib mal eine Hand hier. Ach so, alles klar, alles klar. Ja, Mann, ich freue mich riesig, dass du heute auch mit dabei bist. Nach langem Überreden und nach einem sehr festgepackten Terminkalender und viel, viel Mühe und Überzeugungskraft habe ich es geschafft. Den sagenhaften Nana, der natürlich mich schon immer unterstützt hat, aber heute hier nach Köln einzuladen, dass wir mal einen Butterfly Talk zusammen machen. Denn die wunderbare Nachricht ist, Nana ist jetzt mit dabei. Ihr werdet von ihm hier auch regelmäßig Butterfly Talk sehen. Ja, Nana ist viel beschäftigt, Nana ist viel unterwegs. Denn Nana ist Notarzt. Immer wenn du in Düsseldorf irgendwo so einen Krankenwagen siehst, dann hat irgendwen, irgendwer Superman gerufen und hat gesagt, Superman, wir brauchen deine Hilfe. Es ist mal super, dass du dir Zeit genommen hast. Nana, erzähl mal, wer du bist. Ja, also du hast ja schon gesagt, wie ich bin, dein älterer Bruder. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen, liebe Freunde. Nee, aber cool, dass du da bist. Also Nana, du bist ja Notarzt. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Und Notarzt ist ja ein Job. Da hast du ja oft Situationen mit Menschen, die panisch sind, die immer aufgeregt sind. Hier, ich habe ein Problem. Helfen Sie mir, helfen Sie mir, helfen Sie mir. Und dann kommst du. Und ich kenne dich ja schon mal ganz leid. Du bist immer so gechillt. Wie machst du das? Was ist das? Ein Mindset? Ist das Erfahrung? Was ist es? Also ich würde sagen, es ist beides. Natürlich, also ich bin jetzt seit fast zehn Jahren natürlich in dem Beruf. Und da ist es auf jeden Fall so, dass man über die Zeit sehr, sehr viele Patienten gesehen hat. Also ich habe das mal ausgerechnet, das sind über 50.000, glaube ich, inzwischen. Was? Ja, die ich gesehen habe. Ach, was. Habe ich mal bei einem Student, der mich das gefragt hat, habe ich das mal gerechnet und dann kam ich auf diese Zahl. 50.000 Menschen? Und da ist alles dabei von Durchfall, von Magenverstimmung. Alles mögliche. Alles mögliche. Du machst Internist, ne? Ja, genau. Für jemanden, der nicht weiß, was ein Internist ist, was macht ein Internist? Ein Internist ist der Facharzt für die Erkrankung der inneren Organe, sprich der Lunge, wie Lungenentzündung, des Herzens, wie Herzinfarkt, der Eingeweide, wie eben Durchfallerkrankungen oder andere Erkrankungen, die den Bauch betreffen, Bauchschmerzen aller Art, etc. Also es ist ein recht breites Fach und für mich war das immer so der klassische Arzt, der so alles kann. Was ich auch interessant finde als Arzt ist ja so, wenn man jetzt jemanden behandelt, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem, ja, was weiß ich, in einem Coaching oder irgendwas vergesse oder falsch mache oder wie auch immer, ne? Ich kann mir vorstellen, als Arzt kann man nicht wirklich Fehler machen, oder? Doch, doch. Ja? Doch, doch. Also es ist natürlich so, dass wir auch einfach Menschen sind und natürlich machen auch wir Fehler, klar. Aber natürlich sollte das Ausmaß der Fehler nicht so groß sein, dass jemand nachher einen schweren Schaden davon trägt. Das ist ganz klar. Und da muss man sagen, durch die Art und Weise, wie man die Struktur lernt, einen Fall aufzuarbeiten, ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, wenn man das gut gelernt hat, einen schwerwiegenden Fehler zu machen, den man nicht irgendwann bemerkt. Oder erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist. Plus natürlich ist natürlich der Vorteil auch, wenn man als Notarzt oder überhaupt als Arzt oder in welchem Bereich man auch immer tätig ist, in einem Team arbeitet und das Team insgesamt unter der Führung einer Person Spaß daran hat, an dem Fall gemeinsam zu arbeiten, dann wird die Anzahl der möglichen Fehler automatisch minimiert. Einfach weil alle, wir sagen ja auf Deutsch, Bock drauf haben, mitzumachen, ja? Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe Bock, hier mitzumachen, weil einfach das ein Feld ist, Motivation, anderen Menschen das weitergeben, was man kann, der sogenannte Generationenvertrag, das ist ein Feld, was mir schon immer Spaß gemacht hat und was auch mir immer noch jetzt Spaß macht. Also ich gebe auch meinen Studenten natürlich das, was ich weiß, weiter. Einfach weil ich weiß, wie wertvoll das ist, wenn man eine Lehre hat. Absolut, absolut. Es ist aber so, was ich halt interessant finde, ist so, jetzt, wir haben ja oftmals Motivation, das ist ja unser Hauptgespräch, worüber wir uns viel unterhalten, Spiritualität, Nachdenken, Philosophie, positives Denken und so weiter und so fort. Aber was ich halt immer merke, ist, egal in welchem Bereich du bist, ob du Coach bist, ob du Finanzinvestor, Berater, was auch immer bist, dieses Mindset, es gibt ein bestimmtes Mindset von Leuten, die exzellent sind in dem, was sie tun. Wenn du das irgendwie festhalten würdest, was würdest du sagen, ist das Mindset eines erfolgreichen Arztes? Was ist das Mindset? Also das Mindset eines erfolgreichen Arztes oder auch einer erfolgreichen Person generell, ist glaube ich das, was alle gemeinsam haben, ist, dass die eine positive Grundeinstellung haben. Ich denke, das ist ganz wertvoll, weil natürlich ist es so, dass nie alles sofort funktioniert. Das haben wir sogar heute Abend erlebt, in bestimmten Dingen. Ja, in der Tat, in der Tat, liebe Freunde. Das ist halt ein Teil des Lebens und ich glaube, am erfolgreichsten sind die, die lernen über die Zeit, das muss man nicht sofort können, aber die lernen über die Zeit, die Fehler, die man macht und die man machen muss, um Erfahrungen zu sammeln, dass man lernt, diese Fehler zu sammeln, zu analysieren, daraus zu lernen und dann weiterzumachen. Genau. Und ich glaube, die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die haben das drauf. Ja. Die wissen, wie man mit Fehlern umgeht. Genau. Die wissen, wie man daraus lernt und weitermacht. Genau. Und vor allem etwas macht. Genau, genau. Ich habe mir jetzt mal einen Spruch, die, die immer nur an Sonntagen arbeiten, werden die jetzt jeder reichen. Du kannst ja nicht immer nur dann Spaß oder daran arbeiten, wenn du Lust drauf hast oder wenn alles perfekt läuft. Das wäre doch langweilig, weißt du? Wir waren früher riesen Basketballfans. Okay. Und wie. Also die NBA. Michael Jordan. Wie haben Michael Jordan. Scotty Pippen. Scotty Pippen. Viele Leute haben Jordans an. Okay. Aber wir haben gesehen, wie der im Finale gegen Utah Jazz zum Beispiel, wie die Gegenliegen gespielt hat. Das ist das letzte Spiel. Das letzte Spiel. Letzter Wolf mit Fieber. Aus der medizinischen Sicht Michael Jordan mit Fieber. Warst du mal? Wolltest du das empfehlen? Natürlich nicht. Aber wir sind froh, dass es gemacht hat. Aber klar. Nein, nein, schon. Aber in der Situation ist das natürlich lebensgefährlich gewesen. Das muss man sagen. Aber da kannst du daran sehen, wie sehr der das Spiel geliebt haben muss. Ja. Dass er sein Leben praktisch aufs Spiel gesetzt hat. Absolut. Aber wir hatten halt Basketball. Das sind halt Sachen, die uns begeistert haben. Das war eine Sache, die wir immer gefeiert haben als Kinder. Immer früher musste man das auf VHS-Kassetten aufnehmen. Heute kannst du mal kurz YouTube einstellen. Siehst du das direkt. Aber die Begeisterung für Dinge. Und irgendwann haben wir über Persönlichkeitsentwicklung immer weiter gesprochen. Brian Tracy. Wen gibt es da noch? Dale Carnegie. Absolut. Tony Robbins. Die ganzen Leute. Da haben wir immer geguckt. Das war eigentlich mehr so ein Hobby, so eine Thematik von uns. Und wir hatten, oder ich hatte auch durch dich das Glück, immer einen Sparingspartner zu haben. Zu sagen, hey, was denkst du darüber? Was ist deine Denkweise? Wenn man jetzt so Medizin studiert. Also man muss ja ein 1,0 Abi haben. Wenn man Medizin, muss man nicht, aber manche Leute haben was gemacht. Nicht ich. Also einer von uns beiden hier. Aber man muss ein gutes Abi haben. Man muss, das Studium ist nicht einfach. Ich kann mich erinnern, was ihr damals alles lernen musstet. Und du, der Kofi, und mein älterer Bruder ist auch Arzt. Und meine Herren, was ihr für Schinken lernen müsst. Richtige Schinken. Richtige Schinken. Was ist es, was man... Ein Schinken. Ein Schinken. Hier so. So ein Schinken? Oder so ein Schinken? Oh. So. Diese, ist für mich unmenschlich, was man da lernen muss. Ja. Wie macht man das? Wie, wie, du hast so viel zu tun. Wie macht man das? Also, ein Rezept, und dieses Rezept empfehle ich jedem, ist, und das sage ich wirklich jedem, der mich kennt und der mich fragt, wie ich das immer mache, aber das Rezept ist, du musst an der Sache Spaß haben. Es muss dir Spaß machen. Das hört sich zwar sehr einfach jetzt an, aber das ist das einfachste Rezept. Du musst an dem, was du machst, Spaß haben. Ja. Und sich auch nie den Spaß verderben lassen. Ja. Und wenn man an dem, was man macht, Spaß hat, dann schafft man mehr automatisch. Einfach, weil man sich dafür interessiert. Mhm. Und man braucht weniger Ausrufhasen. Mhm. Und man kann einfach in der Zeit, in der man dran sitzt, das Ganze potenzieren. Mhm. Einfach nur deswegen, weil man daran Spaß hat. Ja. Und diesen Spaß, und damit sind wir wieder beim Thema, den möchten wir natürlich hier auch mit unserem Channel einfach vermitteln. Mhm. Spaß am Leben. Ja. Spaß an der Freude. Das ist ja vor allem, sagt man, nee, Spaß hatte vorher, ne. Nee, aber es ist ja vor allem auch einfach diese Thematik, dass man sagt, wenn man Spaß hat und Leidenschaft dabei hat, dann kann man auch die negativen Aspekte besser ertragen. Absolut. Und man reagiert anders auf Kritik. Also das ist meine Sache. Wenn wir hier über was reden, dann sagt man, hier, Kweku, mach das mal so. Denk mal darüber nach. Ja, wenn ich das Ziel habe, das Produkt, das Geschäft, das Modell, ne, das Coaching-Konzept, was auch immer, zu verbessern und besser zu machen, nicht jetzt mein Ego in den Weg stellen, weil ich möchte es besser machen und ich habe Spaß daran, ja, dann habe ich den Vorteil, wenn mir jemand eine konstruktive Kritik gibt, dass ja mein Produkt, meine Sache besser wird. Absolut. Und wenn ich im Interesse der Sache arbeite, dann kannst du nur gewinnen. Und deswegen ist Spaß sehr, sehr wichtig. Spaß heißt nicht nur tanzen und Witze machen, sondern du hast eine Leidenschaft. Auch. Aber auch Zielstrebigkeit, oder? Absolut. Also das ist das Nächste, was man braucht, glaube ich. Also einerseits Spaß und du musst wissen, wo du hin willst. Weil in der Bibel steht sogar, dass jemand, der keine Vision hat, einfach nicht weiterkommen kann. Es gibt einfach nur eine Grenze und diese Grenze kann man nur dann überschreiten. Wenn man sich vorstellt, aktiv, was man überhaupt erreichen will und bis zu welchem Zeitpunkt. Also wenn jeder von uns sagt, ich möchte irgendwann mal Basketballprofi werden, ich möchte irgendwann mal Fußballprofi werden, ich glaube, der Fred wollte auch mal Fußballprofi werden. Aber das, was er heute macht, ist viel besser. Oder? Für dich persönlich. Der ist noch nicht auf Bordofsky auch unterwegs, oder? Ja, klar. Hast du die letzte Folge nicht gesehen? Oh ja. Ich war sogar dabei. Ne, er war. Ne, auf jeden Fall. Nein, also, aber auch der Fred und wir, wir haben alle Ziele und das ist ganz wichtig. Und ein Ziel, was wir hier haben, ist, dass wir einfach das, was wir gelernt haben, man muss ja sagen, das war ja in den letzten 20 Jahren. Ja. Wenn man zurückzählt, über Bücher, über Seminare. Wir haben sehr viele interessante Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, die uns einfach begeistert haben und die uns gezeigt haben, wie man Begeisterung auch vermittelt. Absolut. Und wie Begeisterung ansteckt. Absolut. Absolut. Und wenn man das weitergeben kann, so wie wir das hiermit machen möchten, dann ist das, glaube ich, ein großer Gewinn. Absolut. Absolut. Und was auch immer wieder, oder mir auch immer wieder ins Auge fällt, ist einfach, viele Leute suchen immer diesen Shortcut, dass man sagt, okay, ich möchte eine schnelle Bewegung haben. Voll? Kamera? Ja? Ich möchte schnell, schnell Erfolg haben. Ich möchte irgendwas schnell haben. Wenn einer im Lotto gewinnen will, heißt ja, er möchte schnell reich werden. Er möchte schnell, also, sagen wir, er möchte jetzt schnell sechs Millionen auf dem Konto haben, aber das ist ja morgen da. Das wäre schon gut. Sechs Millionen? Komm ich, glaube ich, nicht mit hin. Aber schön wäre es trotzdem. Sechs Millionen. Noch viel besser ist eine Million. Eine Million Follower. Bei Butterfly Story. Nein, aber das ist ja dieser Shortcut. Aber der wahre Shortcut, den wir genommen haben und auch nehmen, und ich treffe mich regelmäßig mit Mentoren, er zum Beispiel, oder auch andere Leute, die ich kenne, die bestimmte Fähigkeiten haben, die ich auch erlernen möchte, dieser Shortcut, den man so finden kann, ist ja tatsächlich der Mentor. Denn der Mentor ist jemand, der die Sachen schon mal gemacht hat, der die Fehler schon mal gemacht hat. Du machst selber noch deinen eigenen Fehler, aber du machst vielleicht nicht mehr so viele Fehler. Verstehst du? Also deswegen ist der Mentor und jemand, eine Person, die dir zeigt, wie das vielleicht funktioniert, funktionieren kann, Gold wert. Ich würde sogar sagen, mehr als Gold. Ja, weil du kannst mit Gold, kannst du, äh, ne, kann man nicht essen. Weil, kann man nicht essen. Und du kannst so viel Gold haben, wie du willst. Wenn du nicht die Essenz verstanden hast, von dem, was du tust, dann hat man nie so viel Spaß wie jemand, der versteht, was er tut. Und derjenige, der versteht, was er tut und den Spaß ausstrahlt, der wird auch wiederum das, was er tut, noch mal lieber tun. Und so ist der Kreislauf. Absolut. Und, und eins meiner Ziele, warum ich auch jetzt hier dabei bin und warum ich das, was du erfunden hast, also das ist ja der Erfinder von Butterfly, muss man sagen, ähm, warum ich das gut finde, ist, weil es eine Möglichkeit ist, für uns alle, das, was wir gelernt haben, zu teilen. Und die Dankbarkeit, die ich zum Beispiel habe gegenüber meinen Mentoren, den jetzigen Mentoren, aber auch die, die ich damals hatte, die mir geholfen haben, das, was ich heute kann, überhaupt zu verstehen und zu leisten, ähm, diese Dankbarkeit weiterzugeben. Ja. An euch. Und wir sprechen zwar von einer Million Followern oder mehr, natürlich wäre das schön, wenn, wenn, einfach nur deswegen, weil dann viele davon lernen können, klar, aber selbst wenn nur einer dieses Video schaut und sagt, hey, oder diese Videos, die kommen werden und schaut, hey, und sagt, ich habe hier was gelernt, was mich weiterbringt, nicht nur für jetzt, sondern auch für die Zukunft. Ja. Dann haben wir schon viel erreicht. Ja, absolut, absolut. Und das, das Geile ist ja, wir haben ja eben über Gold gesprochen, aber eine Denkweise, ein Mindset, ja, ist ja etwas, erst mal, wenn die Leute ein positives Mindset haben, haben ja, hat ja die Gesellschaft mehr davon, ne? Wir haben mehr lachende Menschen, besser gedauerte Menschen, ist nicht nur vom Wetter abhängig, das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, das ist, das ist natürlich immer multiplizierbar. Verstehst du, wenn ich jemandem beibringen kann, positiv zu denken und er dann sagt, okay, ich bringe auch jemandem bei, positiv zu denken, da sind wir am Anfang einer, da sind wir zwei, da sind wir vier, da sind wir acht, da sind wir 16, komm, gib mir, zehn, ich brauche sechs Finger, sechs Finger. Achso, hier, komm. Ne, ne, 16, 16. Achso, 16, das sind jetzt 20. Moment, einmal so. Ja. Achso, sechs. 16, 16. Und jetzt sind wir 32. Nein, aber immer so weit. Ne, mehr. Also exponentielles Wachstum. Exponentielles Wachstum, genau. Also so, zack. Und dass wir dann ein besseres Leben haben, eine bessere Gesellschaft haben, mehr lachende Menschen haben und deswegen können wir auch vielleicht mit einem, ich hoffe, es ist mehr als einer, der hier abonnieren hört, Freunde, einmal hier auf Abonnieren klicken, aber wenn wir schon einen bekommen, haben wir vielleicht schon 32, wenn ihr die Rechnung nochmal macht. Verstehst du? Absolut. Verstehst du das mal, ne? Absolut. Eins bis 32. Das ist exponentiell. 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 Aber ich denke so, du hast, vorhin haben wir mal darüber gesprochen, mit dem Schritt weisen Vorgehen. Ich denke ja so, du bist jetzt seit 10 Jahren im Beruf, du machst alles selber, du hast deine Mentoren gehabt, du hast deine Methodik gehabt und so weiter und so fort. Aber wenn du mal zurückdenkst, als du angefangen hast, der erste Patient, Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, weißt du noch, was das war? Nein, ich glaube ich nicht. Aber wie viele Patienten meintest du jetzt gesehen? Also insgesamt, wie gesagt, ca. Insgesamt ca. 50.000. 50.000 Personen? Ja. Insgesamt. Ja, insgesamt. Das auf jeden Fall. Und ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, das erste Mal, oder die ersten Tage, die ersten Wochen als Arzt war natürlich sehr anstrengend. Ich kann mich erinnern, dass ich, wenn ich nach Hause kam, wirklich einfach nur noch ins Bett gefallen bin und dann am nächsten Morgen wieder aufgewacht bin, wenn ich nicht vergessen habe, den Wecker zu stellen. Und... Du warst in der Schweiz, ne? Ja, ja, genau. Genau, genau. Und das war sehr gut übrigens, also besonders, weil eben da auch ein Mentor und mehrere Mentoren waren, die mir viel gezeigt haben. Das, was ich heute kann. Ich bin übrigens auch sehr dankbar. Und ja, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also natürlich war das sehr anstrengend und das war viel. Und das war ohne Frage wirklich anstrengend. Aber im Nachhinein ist es so, dass ich sage, ich bin dankbar dafür, weil nur auf diesem Wege, dass man hingeht, dass man bestimmte Sachen eben nicht weiß und jemand einem das sagt, man selber nochmal nachliest oder darüber nachdenkt und was dazulernt, Fehler macht, wieder eine Erfahrung dazusagen, nur auf diese Weise kann man sozusagen die Kompetenz über die Jahre überhaupt entwickeln. Und ich denke, wir können mit unserem Channel wirklich vielen, die da draußen zuschauen, auch das ein oder andere mitteilen, was vielleicht hilfreich sein kann. Genau, aber nochmal um das Thema aufzukommen, auf jeden Fall. Aber der Punkt ist, von der Raupe bis zum Schmetterling. Weil ich war dabei, als du aufs Gnasium gewechselt hast, wo der Lehrer dir sagt, du kannst das oder dir geht es nicht, bis du dann 1,0 gemacht hast. Aber bis, ne, wo der Lehrer und so weiter. Aber dass man einfach sich im Klaren sein muss. Du siehst jetzt eine Person, die was erreicht hat. Als Beispiel. Du hast auch noch Ziele, die du noch weiter erreichen möchtest. Aber sagen wir, du hast jetzt ein Level erreicht. Und sagst du dir, okay, bist du an diesem Level angekommen und einer sieht dich und sagt, boah, ich möchte das haben, was er hat. Ich möchte das erreichen, was er hat. Und du denkst vielleicht gerade, ich springe halt in der 4. Klasse in der Schule. Aber du musst einfach nur Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehen. Absolut. Immer nur der nächste Schritt. Genau. Aber ganz wichtig ist, und das habe ich gelernt, ist, dass man den Schritt tut. Ja. Weil es heißt immer so schön, Wissen ist Macht. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt aber nur teilweise. Ja, genau. Weil, lass mich erklären, warum. Okay, okay. Wissen ist Macht. Stimmt nicht. Stimmt nicht? Nein, das stimmt nicht. Es stimmt nur dann, wenn man das Wissen, was man hat, tatsächlich einsetzt. Genau. Wenn man was tut mit dem Wissen. Genau. Dann wird aus dem Wissen Macht oder es wird aus dem Wissen eine Fähigkeit. Genau. Und das Wort Fähigkeit bedeutet ja auch, dass man etwas tut. Absolut. Absolut. Und deswegen, also Schritt für Schritt bedeutet wirklich, dass man den Schritt tut. Dass man den Schritt wahrt. Und keine Angst davor hat, Fehler zu machen. Absolut. Das ist nicht schlimm, weil jeder, der Fehler macht, lernt, was das gibt. Absolut. Ich denke immer so, das Wissige ist der Schritt. Aber bevor man den Schritt macht, dann träumt man erstmal, dann plant man und dann macht man. Absolut. Alles zusammen. Man träumt, aber am Anfang träumst du, ich werde irgendwann mal, ich meine, seit du denken kannst, wolltest du immer Arzt werden. Also ich kenne keinen anderen Berufskunst von dir. Ja, stimmt. Mal Tierarzt, wolltest du auch mal werden. Tierarzt, ja, genau. Wir hatten damals ein Aquarium, weißt du noch? Ja, 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 Aquarium mit 60 Liter und 30 Fischen. 30 Fischen, genau. Gluck, 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 gluck. Aber ich kann mich gut daran erinnern, das war geil. Aber auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, dass man jeden Schritt, also man träumt erst, dann plant man und dann macht man. Jeder, und wenn du gerade dabei bist zu träumen und zu denken, ich träume gerade nur, ich denke gerade nur, ich träume, ich träume, ich träume. Ist nicht schlimm. Du musst es dabei planen, dann musst du machen. Genau, aber das ist ganz wichtig. Du musst machen. Genauso wie wir. Wir haben diese Idee vom Butterfly schon über viele Jahre, muss man sagen. Über sehr viele Jahre. Und immer haben wir geplant und nochmal nachgelesen. Und nochmal gedacht, gut, lass uns vorher nochmal lesen, wie man es genau macht. Wie funktioniert eine Kamera? Wie macht man die Kameraeinstellung genau? Nein, lass uns überlegen, welches Licht wir nehmen. Lass uns erstmal darüber lesen. Das stimmt, aber der wichtigste Punkt ist, dass wir etwas tun. Und was ich gemerkt habe bei mir ist, der allerwichtigste Schritt überhaupt ist der erste Schritt. Der erste Schritt. Der erste Schritt, etwas zu tun, das schon über 50% des Ziels ist. Ist wirklich so. Wenn man den ersten Schritt tut, dann geht der Rest von selber. Aber auch nur dann, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat. Also wenn man sagt, das ist das Ziel, wo ich hin will. Und ich bin bereit dafür, was zu tun. Ich fange heute damit an. Nicht morgen, nicht gestern. Ich fange heute damit an. Und ich mache das so gut, wie ich kann. Gut, wie ich kann. Das ist auch immer das Thema. Weil wir haben, unsere Videos werden auch mal besser geworden. Wenn du mal den Butterfly Talk Nummer 1 mal anguckst. Der war auch schon gut. Mit der Maus, ne? Mit der Maus. Wie ich eine Maus kenne. Mit der Zeberstab, ne? Genau. Eine Zeberstab, ich weiß gar nicht mehr. Die machen alle so gut, dass ich sie vermische, ne? Ja. Da war auch der Schnitt anders. Ich wusste nicht, welche Kamera ich benutzen soll. Man probiert es. Aber der Fakt ist, dass du einfach sagst, okay. Welt, ich strahle jetzt diese Videos raus. Wir machen das jetzt einfach. Aber einfach zu sagen, okay. Ich gehe jetzt den ersten Schritt. Und ich mache Fehler. Und ich kriege Kritik. Und dann wird einer sagen, das funktioniert ja nicht. Das geht ja nicht. Du nimmst das auf an Kritik, was du mitnehmen kannst. Und verbessere dich immer weiter. Aber genau wie du sagst. Es ist immer der erste Schritt. Und das, was ich an ihm so liebe, ist, er ist ein Macher. Kein Theoretiker, sondern ein Macher. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Videos noch mehr an Input, Liebe und Erfahrungswerten hoffentlich rüberkommen werden, die wir zeigen können. Also ich freue mich drauf. Absolut. Absolut. Kamera aus? Die aber nicht. Okay. Also, liebe Freunde. Wir freuen uns, dass der Nana mit dabei ist. Jetzt haben wir einen neuen, starken Souljam Team auf der Reise von One to One Million. Ihr seid dabei, also teilt das Video mit irgendjemandem, der das Video heute hören musste, der die Motivation braucht, der die Inspiration braucht. Ich sage es wie bei jedem Video. Ihr kennt es hoffentlich schon. Folge deinem Traum. Bleib dran, weil du alles, was du willst, sein kannst. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. Koski. Tschüssi. Kiitos.